Jo und Willkommen zu einem neuen Format, zu einem Ankündigungsvideo und zwar ist es das Ankündigungsvideo für unser neues Format, was wir Labian getauft haben, boah was ein interessanter Name ne, werdet ihr euch sicherlich fragen und sagen, jo wie ist es zu diesem Namen gekommen und da werden wir euch nur eine simple Sache sagen und zwar, wir waren kreativ und haben unseren Namen zusammengenommen und haben dann noch labern hinzugenommen, also ich heiße, sie heißt Lilly und dann haben wir also nicht zusammen mit labern, aber wir haben dann bemerkt, dass wir also mit labern, ja Lilly, halt ich fressen. Ebenfalls. Also auf jeden Fall haben wir schon versucht eine Folge aufzunehmen, da hat aber irgendwie ein Mikrofon gesponnen oder keine Ahnung, wir wissen auch nicht woran, siehst uns auch schon das zweite Infovideo oder? Ach, zweites Jahr. Ja, und ich hoffe, wir hoffen jetzt, dass diese Aufnahme nicht so im Arsch geht und ja, hast du noch was zu sagen? Ähm, ich will nur noch kurz mal sagen, ähm, fick dich und folg dieser Hure auf Instagram unter lele0.2, boah ich kann's! Und auf YouTube unter oder, äh, äh, AdiTor mit mit Handi. Natürlich Instagram ist in der Infobox verlinkt. Nein, tue ich nicht, tue ich nicht. Ist verlinkt! Ist nicht verlinkt! Okay, ich werde so geliebt von meinem besten Freund, ja. Also auf jeden Fall check das gerne mal aus. Das musst du dir erst verdienen, Alter. Die Yeezys machen sich nicht von selbst. Ja, also auf jeden Fall, check gerne mal meinen YouTube-Kanal und mein Instagram aus, und mehr habe ich es nicht zu sagen. Ja, okay. Hier sehen sie noch mal kurz, hier ist Ultra Enhanced Gameplay von mir. Was ich gerade live spiele. Fabian! Ja, Leli. Bella Ciao, ne? Nein, noch nicht. Ich muss auch einen Kill machen. So, hier. So, Alter. Schaut euch an, Alter. Free 60 Nosegup. Warte, ne. Ähm. Warum sind die keine Gegner? Beende jetzt vier Aufnahmen, oder? Stich dich ab. Nein, nicht schon wieder. Jo, Leute, das war's mit diesem Infovideo. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, vor. Ähm, vor. Mann, der hat mir die Kill geklaut, der Hurensohn. Hast du die Aufnahme beendet? Nein. Ich will den Kill machen. Mama, ich will den Kill machen. Jaaaannnnnnnnnnn